Silvia Wollnys Schwiegersöhne gehen sehr herzlich mit ihr um. Die einstige Promi Big Brother-Siegerin hat nicht nur elf Kinder, sondern inzwischen auch 17 Enkelkinder. Ihre Familie bereichern auch ihre Schwiegersöhne. Ihre Töchter Loredana und Estefania sind mit Männern aus der Türkei zusammen. Jetzt gaben Estefanias Freund Ali und Loredanas Verlob das Servet preis. Sie nennen ihre Schwiegermutter Silvia Mama. Das ist bei uns so, das ist unsere Kultur. Die Schwiegermutter und den Schwiegerpapa nennen wir so, erklärten Ali und Servet bei die Wollnys. Wenn die beiden Männer ihre Schwiegermutter Silvia beim Vornamen nennen würden, wäre es respektlos, meinten die beiden. Silvia und ihrem Partner Harald Elsenbast scheinen die Bezeichnungen nichts auszumachen. Sie machen den Eindruck, ein sehr gutes Verhältnis zu Ali und Servet zu haben. Auf Instagram meinten ebenfalls viele Fans, dass sie es sympathisch finden, wie Servet und Ali ihre Schwiegereltern nennen. Er wird mir immer sympathischer, kommt superlieb rüber und ich finde es so niedlich, wie er zu Silvia immer Mama sagt, schwärmte ein Fan zum Beispiel von Loredanas Verlobtem Servet. Loredanas Verlobtem Servet. Untertitelung des ZDF, 2020